Frohlocke sehr, du Tochter Zion! Jauchze, du Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Mit diesen Worten aus Zacharja 9, Vers 9 begrüße ich dich, begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde. Heute haben wir Palmsonntag, das ist der Sonntag vor Ostern, das ist der Sonntag, wo wir nachdenken über den Einzug von Jesus in Jerusalem. Und dieser Vers aus Zacharja, der weist uns darauf hin, auf das, was in Jesus passiert, was Jesus getan hat, dass er nach Jerusalem gekommen ist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Name ist Michael Wieche, ich bin einer der Pastoren hier in der FEG in Worms und mein Kollege Hilmar Schulze, er wird die Predigt gleich halten und er predigt zu dem Thema Higher and Fire, angeheuert und wieder gefeuert. Da wir uns als Gemeinde zur Zeit leider nicht treffen können, hier im Kino, hier im Gottesdienstraum, ist es ein bisschen schwierig oder ein bisschen anders, diese Situation. Und wir haben auch keine Live-Musik hier im Gottesdienst. Und deswegen haben wir euch eine Playlist zusammengestellt, die ihr anhören könnt. Eine Playlist mit Lobpreisliedern, die ihr anklicken könnt, die ihr direkt in Kombination mit diesem Video zum Gottesdienst findet. Dort werden die Lieder nacheinander abgespielt. Man kann es einfach automatisch durchlaufen lassen. Ihr könnt es vor der Predigt tun oder auch nach der Predigt diese Lieder hören. Und wir wollen euch dazu ermutigen einfach auch, dass wir Gott Lieder singen und Gott loben dürfen, einfach durch diese Gelegenheit. Wir können uns nicht treffen, nicht gemeinsam, wir können uns nicht sehen, wir können uns nicht direkt gegenüberstehen. Aber wir dürfen wissen, Gott ist gegenwärtig. Gott ist hier, Gott ist gerade da, wo du bist, wo du dieses Video guckst, wo du unseren Gottesdienst verfolgst. Und wir dürfen die Zuversicht haben, dass Gott durch sein Wort redet. Und das wollen wir tun. Wir wollen darauf vertrauen, dass Gott redet. Und ich möchte mit uns gemeinsam beten. Und im Anschluss hören wir dann auf die Predigt von Pastor Hilmar Schulze. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir von Herzen für diesen Gottesdienst, für diesen Sonntag, für diesen Palmsonntag, wo wir uns daran erinnern dürfen, dass du nach Jerusalem eingezogen bist. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, auch wenn die Form anders ist, als wir es eigentlich gewohnt sind. Ich danke dir, dass wir deine Zusage haben, dass du bei uns bist, egal wo wir jetzt gerade sind. Ich danke dir, dass wir deine Zusage haben, dass du wirkst und redest durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du uns offene Herzen und Ohren schenkst, für das, was du uns sagen willst. Ich bitte dich, dass du Hilmar ausrüstest und dass du ihm Kraft gibst und Vollmacht gibst, dein Wort zu uns zu reden. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst. Da, wo wir sind, in der Situation, in der wir uns befinden, dass du uns Trost gibst, wenn wir Trost brauchen. Dass du uns aufrichtest, wo wir Kraft brauchen. Da, wo wir müde sind, dass du uns neue Kraft gibst. Herr, wir bitten dich um dein Wort, um deinen Segen für uns jetzt. Amen. Und nun hören wir auf die Predigt von Hilmar Schulze. Und ich freue mich, dass wir ihn hören dürfen. Und wir hören auf Gottes Wort, was Gott durch ihn sagen möchte. Auch ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagmorgen. Seid gesegnet dort in euren Häusern, euren Wohnzimmern. Und ich hoffe, dass Gottes Geist uns heute auch über die Grenzen der Mauern hinweg mit uns miteinander verbindet und mit unserem Gott. Mein Thema lautet Hire and Fire, angeheuert und wieder gefeuert. Das kennen wir vielleicht aus den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Die Praxis, wenn Mitarbeiter gebraucht werden, werden die ganz schnell eingestellt. Oft auch zu sehr guten Konditionen. Und wenn sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie genauso schnell wieder gefeuert. Und wir kennen es auch von den Bundestrainerinnen auf der ganzen Welt. Ihr seht es hier im Bild eingeblendet. Und die werden auch Hire and Fire, die kommen und gehen. Da kann man oft gar nicht so schnell mitkommen. Und Jesus ist das auch schon passiert. Nämlich vor fast 2000 Jahren in der Passionszeit. Ich lese uns zunächst den Einzug nach Jerusalem, nach dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Und ihr könnt es mitlesen in eurer Bibel oder auch auf dem Bildschirm. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sahaja 9, Vers 9 Aber eine sehr große Menge Bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ich möchte kurz mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen auf dich hören, auf dein wahrhaftiges Wort. Und wir bitten dich, dass du uns im Glauben stärkst und weiterbringst, dass wir wachsen und reifen dürfen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ein erster Punkt. Jesus ganz anders. Aufruhr hier in der Stadt Jerusalem. Und die Frage ist, was geschieht hier eigentlich? Einmal sichtbar für alle, ganz praktisch. Aber was geschieht auch hinter den Kulissen? Jesus ist am Ende seiner kurzen Lebensreise. Er ist 33 Jahre alt. Er hat drei Jahre mit seinen Jüngern gelehrt. Er hat sie gelehrt, er hat sie geschult. Er war ihr Rabbi, ihr Herr und Meister. Und jetzt geht er in die letzte Woche hinein, in die sogenannte Passionswoche, auf seinen Tod zu. Und er hatte ihnen dreimal, zumindest ist uns das dreimal überliefert, dreimal seinen Jüngern vorhergesagt, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Zum Beispiel im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, die Verse 18 und 19. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geiseln und kreuzigen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, deutlicher kann man das ja eigentlich nicht mehr sagen. Er sagt ihnen sehr deutlich, was ihn in Jerusalem erwartet, aber die Worte sind irgendwie in den Wind geschossen. Links rein, rechts wieder raus. Was der Mensch nicht hören will, das hört er eben nicht. Die Ereignisse der Passionszeit zeigen sehr deutlich, dass die Jünger nicht verinnerlicht haben, was ihnen Jesus hier vorhergesagt hat. Sie wollen ihn bei sich behalten. Das macht sie taub für das Reden Jesu. Sie wollen einen starken König. Sie wollen mit ihm herrschen. Sie wollen sich in seinem Licht sozusagen sonnen. Aber sie wollen ihn nicht verlieren. Und sie kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass Jesus vielleicht ganz anders ist, als das, was sie von ihm erwarten. Und darum sind die Jünger Jesu hier in unserem Text eine Woche vor dem Tod Jesu am Kreuz ganz gelassen. Wir hören hier nichts von Trauer, von depressiver Stimmung. Sie sind ziemlich unbelastet, obwohl doch ihr Freund sagt, ich gehe jetzt von euch. Ich werde leiden und sterben. Aber es drang nicht durch. Und Jesus ganz anders. Er schenkt ihnen reinen Wein ein. Er sagt ihnen die Wahrheit. Er sagt ihnen die nahe Zukunft voraus. Und der Erfolg ist gering. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Und auch in meinem Leben haben wir die Bibel im Schrank und mit ihr auch viele prophetische Worte? Und hören wir auch darauf? Und tun wir das auch, was Jesus sagt? Oder wollen wir das eigentlich gar nicht? Unser Text hier wird zu Recht sowohl in der Passionszeit behandelt, als auch in der Adventzeit. Wir betrachten hier den König, den wahren König Jesus, der einzieht nach Jerusalem. Und in der Adventzeit, da sprechen wir über den wiederkommenden Jesus, über den wiederkommenden König aller Könige. Lesen wir einmal einen Text aus dem ersten Petrusbrief, der uns beschreibt, warum dieser Abschnitt auch in die Adventzeit gehört. 1. Petrus 1, Vers 20 Schon vor Erschaffung der Welt wurde er, Jesus, dazu bestimmt, für euch am Kreuz zu sterben. Doch erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Das heißt, die Zeit läuft, die Endzeituhr bis zur Wiederkunft von Jesus, die läuft bereits seit 2000 Jahren. Mit seinem Kommen ist die Endzeit angebrochen. Aber wir fürchten uns natürlich nicht vor dem Ende der Welt, sondern wir warten auf Jesus, auf unseren Herrn und Heiland, der mit uns für immer Gemeinschaft haben möchte, eine Ewigkeit lang. Wir freuen uns auf dieses Ereignis und wir sollen bis dahin zur Zeit und zur Unzeit den Menschen sagen, dass Jesus wiederkommt, dass er heute für sie da ist. Wir wollen sie einladen und wir haben logischerweise immer weniger Zeit dazu, denn 2000 Jahre sind seit dem leiblichen Kommen Jesu bereits vergangen. Aber wir Christen, wir scheinen heute unendlich viel Zeit zu haben. Ja, das Thema ist komplett ausgeblendet. Wir leben in der Praxis so, als wenn er nie wiederkommen würde. Aber er kommt wieder und dann ist die Zeit vorbei, wo wir uns ihm einfach anvertrauen dürfen, im Glauben heute ein Gebet sprechen und sagen, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Führe du mein Leben, bewahre mich und zeig mir in deinem Wort, wie ich leben kann. Jesus hat auch schon lange vorher genau gesagt, warum er eigentlich am Kreuz sterben muss. Ich höre immer wieder diese Frage in Gesprächen, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Gab es nicht eine einfachere Lösung? Hätte Gott nicht einfach mit dem Finger schnipsen können und dann sind eben alle Sünden aller Menschen auf dieser Welt vergeben gewesen? Hören wir einmal auch hier auf ein Bibelwort aus dem Johannes-Evangelium ein Originalton von Jesus. Johannes 12, Vers 31. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt gestürzt. Ich aber werde von der Erde erhöht werden und dann werde ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Wort deutete er an, welche Todesart er erleiden würde. Die Menge wandte ein, das Gesetz sagt uns, dass der versprochene Retter in alle Ewigkeit bleiben wird. Wie kannst du dann sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Ihr Lieben, hier finden wir drei wichtige Aussagen. Jesus stirbt am Kreuz. Er wird erhöht werden, weil das ein Gerichtshandeln ist über den Satan und die Sünde. Satan ist der Fürst, der Herrscher über diese Welt. Und Jesus wird am Kreuz sterben und übernimmt damit den Schuldschein, der gegen uns stand. Im Kolosserbrief lesen wir, dass Jesus unseren Schuldschein ans Kreuz geheftet hat. Er wird gerade eingeblendet. Im Kolosserbrief steht, dass jeder Mensch solch einen Schuldschein hat. Alle Sünden, alles Vergehen, alles, wofür man sich schämen muss, unseres ganzen Lebens, vom ersten bis zum letzten Tag unseres Lebens, auf diesem Schuldschein. 100 Prozent Schuld. Meine Schuld, deine Schuld. Und Jesus hat das mit ans Kreuz genommen, um alles zu vergeben. Wir gehen frei aus. Jesus geht in den Tod. Und dem Satan wird zugleich das Gnick gebrochen. Er wird durch den Tod Jesu entmachtet. Und so steht es ja schon ganz am Anfang in der Bibel im ersten Mose Kapitel 3. Da heißt es, ein Nachkomme der Eva wird dem Satan eines Tages den Kopf zertreten. Und das geschieht hier. Satan wird entmachtet. Jesus wird Sieger und auch König für alle, die ihm vertrauen. Alles, was geschieht, auch die Corona-Krise, ist nicht ein anonymes Schicksal. Und es ist auch nicht ein satanisches Handeln. Sondern Gott behält die Zügel in der Hand. Nicht der Satan ist mehr der Fürst, der das alles zu bestimmen hat. Jesus geht als völlig Sündloser in den Tod. Und der Satan kann ihn darum nicht verurteilen und kann ihn nicht im Tod halten. Er kann auferweckt werden von seinem Vater im Himmel. Weil er ohne Schuld geblieben ist. Und das Gleiche, so sagt unser Text, gilt für jeden, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Und wenn ich sage an Jesus glauben, dann meine ich damit nicht nur irgendwo Mitglied in einer Kirche oder Gemeinde zu sein, sondern mein ganzes Vertrauen jeden Tag auf ihn setzen. In seinem Wort lesen, mit ihm reden, im Gebet mit ihm verbunden zu sein. Das bedeutet Glauben. Eine lebendige Beziehung zu haben mit Jesus Christus. Jesus sagt, und ich, wenn ich erhöht werde am Kreuz von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und damit zeigt er genau an, welchen Todes er sterben würde. Das hat seinen Grund. Die Bibel sagt uns, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt, der erhöht wird. Jesus wird in der Tat zum Fluch. Auf ihm lastet jetzt die Schuld der ganzen Menschheit. Wir werden am Karfreitag darüber sicherlich mehr hören. Auf ihm lastet die Schuld der Menschheit. Und nur so wird der Weg frei zu Gott. Das weiß Jesus. Und darum geht er aus Liebe zu dir und zu mir diesen Weg. Darum zieht es Jesus nach Jerusalem hinauf. Hinauf, weil die Stadt etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Jesus macht nicht nur Sprüche. Jesus sagt nicht nur, ich habe dich lieb. Nein, er ist hier anders als wir Menschen. Er hatte gesagt, niemand hat größere Liebe, als wenn er sein Leben gibt für seine Freunde. Genau das setzt Jesus in die Tat um. Gott sei Dank. Jesus gibt sein Leben für die, die er zu sich ziehen möchte. Er liebt dich und er stirbt für dich am Kreuz, nicht für eine anonyme Masse. Hierin unterscheidet sich Jesus von allen großen Männern dieser Erde, auch von allen Religionsstiftern. Er handelt nicht aus Machtsucht oder aus Gier. Er will nicht eine neue Religion schaffen. Er will nicht bewundert werden. Nein, Jesus geht aus Liebe zu dir in den Tod. Einer ist da, das halte bitte fest. Vielleicht bist du heute ein wenig einsam und traurig und irgendwas belastet dich. Halte fest, einer ist da, der dich von ganzem Herzen lieb hat. Ganz viele Christen haben an dieser Stelle ihre Probleme. Sie kennen Gott als Aufpasser, als Oberpolizisten, als Richter, vor dem man sich fürchten muss, der einen eines Tages verurteilen wird. Sie kennen ihn vielleicht als strengen Vater oder als Befehlsgeber. Oder noch schlimmer als einen, der einen immer ganz klein hält, damit wir keine Dummheiten machen. Und manche meinen sogar, Gott wäre jemand, der einem nichts gönnt und nichts gönnen würde im Leben. Und so wenige kennen den Gott, der die Liebe ist, der nicht nur ein wenig liebt. Gott ist die Liebe, sagt uns das Wort Gottes. Den Gott kennen sie nicht, dessen Liebe niemals aufhört. Sie kennen nicht den Gott, dessen Liebe nicht abhängig ist von deinem Lebensstil. Egal wie du heute gerade lebst und was du hinbekommst mit deinen Beziehungen, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinem Arbeitgeber, mit deinen eigenen Gefühlen. Seine Liebe ist nicht abhängig von deinem Charakter und nicht abhängig von deinem Lebensstil. Gottes Liebe gilt sogar seinen Kritikern und seinen Feinden. Und ich wünsche dir dieses Wissen um Jesu Liebe, denn davon kannst du zehren, wenn es dir schlecht geht. Du bist geliebt. Ich bin geliebt, auch wenn ich versage. Daran kannst du dich festhalten, wenn dich das Leben gerade einmal umschmeißen will. Wenn du in Krisen gerätst. Oder wenn du gerade daran denkst, dein Leben wegzuwerfen, dich vor irgendeinen Zug zu werfen, weil du keinen Sinn mehr siehst. Halte fest, du bist geliebt. Und dieser Jesus Christus möchte in deinem Leben die erste Rolle spielen, die Nummer eins sein und dich festhalten und dir Sinn geben. Dieser Liebe kannst du vertrauen, wenn du in Depressionen steckst und die Lebensangst dich überfällt. Wunderbar. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, all das steckt hinter den Kulissen des Einzugs Jesu nach Jerusalem. Die Menschen, die hier zum Passafest nach Jerusalem pilgern und fröhliche Lieder singen, die haben davon aber herzlich wenig verstanden. So gut wie nichts. Mein zweiter Punkt. Jesus gefeiert und gefeuert. Higher and fire. Die Menschen werden sich schon gewundert haben, dass er auf einem Esel kommt. Das geht doch schon mal gar nicht. Auf einem Esel, da kommt ein Bauer oder vielleicht ein Händler. Und Jesus ist auch hier ganz anders. Er kommt nicht mit Preußens Gloria und nicht mit Pomp, sondern er kommt ganz sanftmütig. Und niemand scheint das zu begreifen. Und während er kommt und gefeiert wird, hacken die Hohenpriester und Schriftgelehrten Mordpläne aus. Sie wollen ihn aus dem Weg schaffen, wie sie es die ganzen drei Jahre auch immer wieder versucht haben. Als ob es irgendeinen Grund gäbe, vor diesem Mann Angst zu haben. So handeln sie und wollen ihn ausschalten. Er kommt nicht mit einem Mercedes 600 in die Hauptstadt gefahren oder mit einem Ferrari. Er kommt auch nicht, um Machtansprüche zu stellen. Er kommt nicht, um die Römer aus dem Land zu jagen oder um die Autorität der Hohenpriester infrage zu stellen. Sondern er kommt ganz still und demütig und sanftmütig mit einem VW Käfer. Einem Volkswagen. Das war ja der Esel damals als Transportmittel. Der Esel mit dem Füllen stand zum Abholen bereit in dem kleinen Vorortbett Fahge. Es war alles vorbereitet. So und nicht anders musste es kommen. Und es regte sich kein Widerstand bei dem Besitzer des Esels und dessen Füllen. Er hat ihn einfach mitgegeben. Es war alles vorbereitet. Gott hatte alles schon im Griff. Manchmal denke ich, ihr Lieben, wir unterschätzen in unserem Leben die Wunder Gottes, die vorbereiteten Dinge, die vorbereiteten Wege. Wir klagen so viel über die Ereignisse in der Vergangenheit. Wir sprechen extrem viel über das, was uns in unserem Leben kaputt gemacht hat, wo uns Menschen quer gelegen haben, wo wir vielleicht nicht gut erzogen worden sind, nicht genug geliebt worden sind. Wir denken an die Scheidung der Eltern. Wir denken an Tod oder Missbrauch, an finanzielle Einbußen. Etwas, was in unserem Leben nicht funktioniert hat, was uns Mühe gemacht hat. Aber wie viel hat unser Gott schon vorbereitet in unserem Leben? Wie vieles lag vielleicht schon lange zum Abholen bereit, nur wir haben es nicht erkannt? War es ein Zufall, dass wir als freie evangelische Gemeinde vor fast 20 Jahren dieses Kino hier gefunden haben und erwerben konnten? War es ein Zufall, dass eine Freundschaft, die ja viel bedeutet hat, in die Brüche gegangen ist? War es ein Zufall, dass wir zum Beispiel auch als freie evangelische Gemeinde seit Jahren für Menschen beten, die in die Mission gehen und denen wir auch helfen wollen, auch finanziell diese Aufgabe zu bewältigen? War es ein Zufall, dass Familie Nö nach Peru gegangen ist, dass jetzt Christina Amato unterwegs ist mit OM auf einem Schiff und hat sich rufen lassen in die Mission? Achten wir einmal in der kommenden Zeit darauf, was Gott für uns schon vorbereitet hat und dann sollten wir zugreifen und uns gedroht von Gott führen lassen. Wir werden immer, jeden Tag, auch du in deiner ganz persönlichen Situation in vorbereitete Verhältnisse kommen. Jesus ist immer schon da, wo du erst hingehst, in wenigen Stunden oder am nächsten Tag. Aber ihr Lieben, Jesus war bei seinem Einzug in Jerusalem bekannt wie ein Superstar. Er hatte hunderte Menschen, vielleicht noch mehr, vielleicht tausende geheilt. Seit Jesus anfing zu lehren, da ging ein Ruck durchs Land. Da kam jemand, der was zu sagen hatte. Sie entsetzten sich geradezu über seine Worte. Und er sprach mit ihnen über den Weg, wie ein Mensch wieder eine Beziehung haben kann zu Gott. Genauer gesagt zu unserem Vater im Himmel. Wie unsere Gebete nicht an der Zimmerdecke hängen bleiben. Er hat ihnen gesagt, vertraut Gott und vertraut auf mich. Denkt daran, euer Vater im Himmel weiß alles, was ihr braucht. Das gilt auch dir heute Morgen. Sie hatten endlich wieder Hoffnung auf bessere Zeiten im Land Israel. Und es machte sie ein wenig stolz auch auf diesen Mann, der eine wunderbare Botschaft hatte und wunderbare Aufgaben tat. Er heilte Kranke und Blinde und vieles andere mehr. Und nicht wenige haben hinter vorgehaltener Hand darüber sich unterhalten, ob nicht das schon der Messias ist, der lang erwartete Retter. Wer kann sonst solche Wunder tun und so reden, dass es dem Menschen so richtig warm ums Herz wurde? Boah, wenn er sprach, dann ging das nicht nur in den Kopf, dann ging das ins Herz. Und sie glaubten ihm jedes Wort, was er sagte. Und sie spürten, er hat eine Vollmacht zum Reden von Gott. Sie spürten instinktiv, dass dieser Mann etwas ganz Besonderes war. Und so ist es nicht verwunderlich, als Jesus jetzt kommt nach Jerusalem, dass die Menge in Aufruhr geriet. Und dann haben sie Zweige von den Bäumen gebrochen und auf die Straße gelegt und auch ihre eigenen Kleider ausgezogen und ihm einen Weg bereitet, damit er nicht im Dreck der Landstraße gehen musste, sondern auf einem vorbereiteten Weg. Sie bereiteten ihm einen so gewaltigen Empfang, dass das erneut den Zorn der Schriftgelehrten und Pharisäer auslöste, die einfach neidisch waren. Und sie rufen, wir sehen es hier wieder eingeblendet, Hosianna, dem Sohn Davids, und erklären ihn damit praktisch zum Messias. Hosianna. Und hier macht sich ihre ganze Sehnsucht breit. Es kommt aus dem Hebräischen, Hosianna. Das bedeutet, oh Herr, hilf, oh Herr, lass wohl gelingen. Bitte, ändere unsere Lebenssituation. Komm in unser Land. Werde du unser König, was alles auch dahinter steckt. Die Hauptstadt war jedenfalls in Aufruhr. Sie begeisterten sich für Jesus, von dem sie zunächst, ja, erhofften, er würde die Römer vertreiben. Aber darum ging es nicht. Worum ging es ihm wirklich? Er kam, um Satan zu vertreiben und zu entmachten. Er kommt, um unsere Sünde zu vertreiben. Er kommt, um alle Hindernisse zu vertreiben, die dich daran hindern, dass du eine fröhliche, lebendige Beziehung zu deinem Gott hast. Heute und morgen und für alle Ewigkeiten. Er kommt, um für dich ein ewiges Leben vorzubereiten. Liebe Gemeinde, ich habe manchmal Angst, dass viele Menschen in unserem Land sich ihr kleines, persönliches Jesusbild zurechtlegen. So ein Patchwork Jesus, ein bisschen von dem Jesus in der Bibel, ein wenig Endzeitprophet könnte auch mit dabei sein. So eine Prise Gottes Sohn, eine Prise Hoffnung auf ein ewiges Leben, ein Hauch Anlaufstelle vielleicht für unsere Gebete, wenn es uns mal ganz dreckig geht. Aber wenn wir uns ein Bild machen von Jesus, dann wird unser Glaube genauso wenig Bestand haben, wie bei den laut tobenden und lobenden Massen damals, dass ein selbstgestricktes Gottesbild taugt zu nichts. Die Menschen damals haben Jesus erst gefeiert und dann wieder gefeuert. Die selben Leute, die hier schreien, Hosianna, werden ein paar Tage später schreien, kreuzige ihn, angefeuert von den Pharisäern. Der Glaube, liebe Freunde, hat damals wie heute keinen Bestand, wenn er nicht ein festes Fundament hat. Denken wir nur an das Dritte Reich, das sogenannte. Wie viele Christen haben damals aus Angst geschwiegen? Wie viele sind der Rassenideologie und dem Judenhass verfallen? Wie schnell gab man die Konfirmation damals gegen die Jugendweihe auf? Und dasselbe ist dann auch in der ehemaligen DDR geschehen. Waren vor dem Krieg noch 95 Prozent der Bevölkerung Mitglied einer Kirche, waren es 40 Jahre später nur noch 20 Prozent in der ehemaligen DDR. Das Fundament taugte nicht. Da wird aus dem Feiern schnell das Feuern von christlichen Werten und von Inhalten. Wir wollen in dieser Passionszeit in besonderer Weise auf das Fundament unseres Glaubens schauen. Heute, aber dann in ganz besonderer Weise auch am Karfreitag und beim Ostergottesdienst. Das ist das Entscheidende. Ganz kurz gesagt, das sind drei Fundamente, auf denen wir einen stabilen Glauben bauen können. Den ersten seht ihr hier eingeblendet. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Es geht immer nur um einen. Es geht um Jesus. Es geht nicht um eine Kirche. Es geht nicht um eine spezielle Lehre. Es geht nicht darum, wie stark unser Glaube ist, sondern es geht um ihn. Ihn wollen wir ehren. Von ihm her leben wir. Einen anderen Grund kann niemand legen. Er ist die Basis allen Glaubens, auch deines Glaubens. Oder er ist es nicht. Das zweite Fundament. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Immer schon haben sich Menschen darüber aufgeregt, wenn wir über Jesus sprechen. Der gesagt hat, ich bin der Weg, der einzige Weg zu unserem Vater im Himmel. Was hat man ihm nicht alles vorgeworfen über die vergangenen 2000 Jahre. Aber das Fundament, das trägt, lautet, wir predigen den für unsere Schuld und Sünde gekreuzigten Jesus. Das ist unser Fundament. Meine Sünde ist weggenommen. Meine Sünde ist bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und das dritte Fundament steht im ersten Korintherbrief. Da schreibt der Apostel Paulus, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Da kann reden, wer will. Er ist auferstanden. Und zwar real, leiblich. Er hat einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Man konnte ihn sehen. Er konnte essen und trinken. Christus ist auferstanden von den Toten. Darauf gründet unser Glaube und alle, die ihm vertrauen. Und ich wünsche dir, dass zutiefst, dass dein Vertrauen heute neu gestärkt wird in das Fundament Jesus, in den gekreuzigten Christus und in den auferstandenen Jesus. Aus diesem Aufruhr in Jerusalem, der eigentlich ein pseudo-religiöser Aufruf war, weil er nicht standgehalten hat, sollten wir zumindest eine Lehre ziehen. Wir brauchen auch besonders in den kommenden Wochen eine regelmäßige und enge Gemeinschaft von Christen. Wir brauchen unsere Bibel, die wir auch lesen. Aber wir brauchen auch die Gemeinde, die sich gegenseitig hilft und dass wir fest werden in unseren Fundamenten. Und wenn wir das nicht tun können, indem wir uns treffen, dann nutzt alle Kanäle, die wir haben, um zu wachsen im Glauben. Wir brauchen das verbindliche Leben in einer Gemeinde oder Kirche. Wir brauchen nicht, dass wir überall mal reinschnuppern, sondern wir wollen unseren Glauben ganz konkret auch vor Ort leben, in einer Gemeinde oder Kirche. Und das Dritte, wir brauchen das Miteinander in unseren Hauskreisen, in der Bibelstunde, in Glaubensgrundkursen, in Bibelschule für Erwachsene und was es auch immer gibt und was wir auch als Gemeinde euch anbieten. Nutzt das, damit das Fundament tragfähig ist und bleibt, bis der Herr wiederkommt. Damit wollen wir Jesus loben. Wir wollen ihm nicht nur einen Hosejaner zurufen und ihn dann wieder in eine dunkle Ecke unseres Lebens stellen. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus das tragfähige Fundament ist und bleibt für dich. Gott segne dich. Amen. Vielen Dank, Hilmar, für deine Predigt. Ganz herzlichen Dank für die ermutigenden und herausfordernden Worte, dass du uns einfach Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Rettungsplan mit uns auch vor Augen gemalt hast. Erst, ich will dich, ich will euch einladen, dass wir gemeinsam als Antwort darauf die Predigt des Vaterunser beten. Und ich lade dich ein, dass du da, wo du bist, da, wo du jetzt gerade bist, aufstehst, mit aufstehst, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir zu unserem Vater im Himmel beten. Das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich will nochmal darauf hinweisen, dass ihr auf unserer Homepage alle Dinge findet, die wir auch online anbieten. Unsere Homepage ist www.fegworms.de und dort findet ihr die Gottesdienste auch der vergangenen Wochen. Ihr findet unseren Pastoren-Podcast jeden Tag einen Psalm, ermutigende Worte für den Tag. Und ihr findet unsere Morgenbibelstunde immer montags, mittwochs und freitags. Da haben wir Teile der Morgenbibelstunde, die ihr anschauen könnt. Wir wollen euch damit ermutigen. Wir wollen euch geistliche Nahrung bieten, auch unter der Woche, einfach für euer Leben, für euren Alltag, gerade für uns alle in dieser herausfordernden Zeit. Darüber hinaus wollen wir euch ermutigen, was Hilmar auch schon in der Predigt gesagt hat, dass ihr untereinander in Kontakt bleibt, dass ihr Kontakt sucht, dass ihr Leute anruft, dass ihr E-Mails schreibt, dass ihr per WhatsApp verbunden seid oder über viele andere Möglichkeiten, die wir haben. Ermutigt euch gegenseitig, bleibt in Kontakt. Das brauchen wir als Gemeinde. Das brauchen wir, um in unserem Leben mit Jesus dran zu bleiben, um uns gegenseitig zu stärken, um uns gegenseitig zu tragen und auch in dieser Zeit füreinander da zu sein. Und zum Schluss möchte ich dir, möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Und dazu dürft ihr auch wieder aufstehen oder stehen bleiben. Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen in dieser Woche. Ich wünsche dir Gottes Nähe und dass du ihn erlebst. Alles Gute. Gott mit euch.